Hallo und herzlich Willkommen. Heute zeige ich euch am ersten Tag den Hansapack. Ich nehme euch mit zu meinen Lieblingsattraktionen. Jetzt fahren wir Nessie, einer meiner Lieblingsattraktionen. Und wir sind fast ganz alleine hier. Also los geht's! Meine Lieblingsattraktion. Und ich bin jetzt in Europa. Okay, dann gehen wir ins Karrange. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Jetzt geht's hier und geht's mit meinem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. Es geht los. Und man muss hier drehen, damit die Kasse sich schneller dreht. Aber Engel geht wirklich nicht von alleine. Und das war der erste Tag im Hansapark. Tschüss.